Ich würde ihn trotzdem... Oh Mann, lass mich ihn noch töten. Der hat mich zuerst geschlagen, der hat angefangen. Oh, die Geräusche von dem Clown. Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Längst Vergessen, einem neuen Format auf diesem Kanal, in dem wir uns Spiele anschauen, die nun wirklich keiner mehr kennt und jeder vergessen hat, wie es der Name ja schon hindeuten lässt. Heute mit Bloody Good Time, einem Spiel, was wahrscheinlich an erster Stelle eh gar keiner kennt und deswegen ja eh vergessen hat. Und wir gehen mal direkt rein. Äh, wir nehmen, ähm, die Gov. Das ist, ich meine, das ist der coolste Charakter, um mal kurz alle zu zeigen. Und dann erkläre ich mal kurz ein bisschen das Spielprinzip und generell das Format und was euch hier in Zukunft so erwarten wird in diesem Format. Da sind wir also. Also, erstmal zu dem Spiel. Bloody Good Time, keine Ahnung, wann es released wurde, ähm, habe ich jetzt vergessen, aber sollte so 2013, 14 gewesen sein, ist ein Spiel, in dem man, ähm, ja, sag ich mal, Schauspieler spielt, die sich gegenseitig umbringen müssen. Klingt bisher alles sehr, naja, komisch, muss man einfach mal zugeben. Und es ist im Allgemeinen auch ein sehr komisches Spiel, muss man einfach zugeben. Ähm, ich kenne das von damals noch, weil das dieselben Macher gewesen sind, die auch The Ship gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es so hieß. Da musste man auf jeden Fall so ein bisschen wie TTT, sag ich mal, so Trouble in Terrace Town. Was ein Flop. Und darüber wird uns angezeigt, wie viele Sterne wir dafür bekommen. Wir müssen nämlich Sterne sammeln und je nachdem dann halt gewinnen. Übrigens, ich spiele mit der, ne, mit KI-Spielern, weil das Spiel, wie gesagt, spielt keiner mehr. Das ist ja, wie gesagt, auch das ganze Format überhaupt. Oh, warte mal, da können wir was Cooles machen. Obwohl, die, doch, die Show fängt schon an. Okay, da unten sieht man nämlich den Timer, so lange geht die Show noch. Ich mach jetzt einfach mal den ersten Kill. Bisschen langweilig zwar mit so einem Raketenwerfer, aber hey, lauf doch nicht weg. Und weg ist er. Und dafür haben wir vier Sterne bekommen. Genau. Das Dynamit bekommt zum, kriegt zum Beispiel fünf. Und je nachdem, oh Gott. Genau, die greifen uns natürlich auch an. Aua, da bin ich auch schon tot. Naja, auf jeden Fall, genau, wir haben da unten einen Timer. Uns wird immer wieder neu zugewiesen, wie viele Sterne jeweils was bekommen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Sterne trotzdem noch bekommen, weil sie ja daran gestorben ist. Wir haben sie ja schließlich doch noch mit der Todesspritze getroffen. Wir haben übrigens, man kann sich nicht unbedingt frei, hallo, hallo, weg, hey, hey. Man kann sich übrigens nicht frei rumbewegen mit den Waffen in der Hand, denn es laufen hier auch Wachen rum, die das Ganze natürlich dann auch dementsprechend, wie der Name sagt, überwachen. Und dabei aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Waffen in der Hand halten, währenddessen wir uns in deren Blickfeld befinden. Wir haben auch irgendwelche Fallen, die wir aktiviert können. Es gibt verschiedene Maps, bla, bla, bla. Ich habe schon ein bisschen gespielt, denn ich finde es persönlich an sich echt Spaß. Ich muss ich einfach mal zugeben an dem Punkt. Haben wir den bekommen, den Kill? Natürlich nicht. Ah, ich nehme mal nochmal Dynamit. Hier guckt ja eh gerade eine Wache rein. Der kann uns dementsprechend also nichts antun, so wirklich. Aber ja, genau. Das Spiel kennt wirklich keiner mehr, habe ich das Gefühl. Ich habe es übrigens für 1 Euro im Summer Sale gekauft, für 99 Cent, um ehrlich zu sein eher. Der ist tot, 5 Sterne bekommen und wir können die übrigens dann auch verhöhnen. Ja, genau. Und damit man das auch nochmal kurz erklärt, wir haben unten 3 Statusanzeigen. Die sind natürlich dafür da, das ist ja ganz gut abgebildet. Sag ich mal, oh Gott, hier wird gerade Gift eingesetzt. Wer war das? Wo steht die Person? Ähm, ne, wir müssen uns ab und zu auch mal schlafen legen, aufs Klo gehen und was essen. Wie gesagt, das Spiel ist wirklich sehr weird. Das werdet ihr auch noch merken im Laufe der Zeit. Aber das kommt alles noch. So, jetzt noch ein paar Informationen zum Formate, das ja hier schließlich die erste Ausgabe ist. Ne, wie gesagt, der Name sagt es ja, wir schauen uns hier Spiele an, die kein Arsch mehr kennt oder an erster Stelle eh nie kannte. Ich habe nämlich letztens durch meine Steam-Bibliothek ein bisschen durch, ne, die habe ich ein bisschen durchforstet. Ich habe über 700 Spiele auf Steam und dementsprechend habe ich da so ein bisschen rumgeschaut und bemerkt, mein Gott, da sind Spiele dabei. Von denen habe ich selber teilweise nichts gehört. Oder, ne, die kennt halt heutzutage keiner mehr und die sind einfach tot. Und dann kam ich sofort auf die Format-Idee. Hey, lass da einfach ein Format machen. Nämst längst vergessen, aber statt mit einem Ä, einem E, damit es halt Len heißt. Wie kreativ, nicht wahr? Und, ähm, genau, ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Und da werden wir uns halt ein paar Spielchen anschauen, oh Gott. Ich kann übrigens nicht rausvisieren. Ah, ich bin eine andere Waffe. Ich kann mit dem Scharfschützengewehr nicht so gut umgehen. Okay, einmal getroffen, aber nicht gestorben. Mist. Hey, hey. Haben wir noch Schüsse? Hey, der bewegt sich immer um ein Stück. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Ach, was ein Arsch. Komm, wir gehen. Ja, da möge man meinen. Ich habe jetzt die letzten Tage immer mal wieder ein bisschen gespielt. Dass ich doch ein bisschen geskillter bin. Aber ich bin gerade auch nicht eingespielt, muss man sagen. Hier ist kein Gegenstand mehr. Ich werde hier mal runterspringen. Wir brauchen eine gute Waffe. Hier liegt nur Scheiße rum. So, das sieht doch schon besser aus. Eine schöne Axt, ne? Eine schöne Feuerwehr-Axt. Die lässt sich doch schon sehen. So, da haben wir doch schon mal das. War da eine Wache? Gott, ich werde schon paranoid, ne? Ihr merkt das. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel tatsächlich noch in der Source Engine programmiert ist. Ich weiß nur, dass das erste Spiel von den Entwicklern auf jeden Fall in der Source Engine war. Und das war auch beliebter als das hier. Ich glaube, das spielen sogar aktiv noch Leute heutzutage. So, und weil ich es gerade sehe, unser Statussymbol unten zeigt auf jeden Fall an, dass wir ein bisschen Schlaf brauchen. Also legen wir uns direkt hin. Übrigens, der Regisseur, das Wort, was ich nicht aussprechen kann, ist echt ein bisschen nervig. Man kann ihn leider nicht ausstellen in den Einstellungen. Er labert halt ab und zu mal ein bisschen im Hintergrund. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Unvorteilhaft. Genau. Was kommt denn jetzt? Die Axt bringt gar nichts mehr. Boah, genau heute in der Aufnahme habe ich auch schön Pech, ne? Ich habe bisher keine ordentlichen Waffen hier rumliegen gesehen. So, drei halten die eigentlich immer aus. Genau. Ja, ein Revolver geht doch schon mal. Der bringt wenigstens ein 3. Uh! Eine Gefrierkanone. Das gefällt mir. Oh! Ihr habt es zum Beispiel oben gerade auch schon gesehen. Das Achtungssymbol wurde auf jeden Fall gerade ordentlich ausgelöst. Wir genügen uns jetzt erstmal aber einen Burger, weil wir brauchen Essen. Auch wenn ich eigentlich erwartet habe, dass wir uns hier ein bisschen, ja, ein bisschen was zu trinken holen. Aber gut. Dann halt eben nicht. Aber das würde ja auch den Hunger schließlich nicht stillen, ne? Ist ja eine Gabel und ein Messer abgebildet. Ich wüsste nicht, welchen Drink man damit isst. Vielleicht ein Kratzeis. So, wo befindet sich denn hier noch jemand? Oh, das ist gut. Mit dem spiele ich ganz gerne, mit dem Crossbow. Wie gesagt, ich habe hier schon mal eine kleine Erfahrung gemacht. Ich habe jeden Abend jetzt mal so die letzten drei Tage mal so ein, zwei Rundchen gespielt, weil ich es persönlich echt ganz unterhaltsam finde. Ja, und da wurde ich auch schon ordentlich getroffen. Normalerweise, wenn ich privat das Spiel gespielt habe, lief es um einiges besser als jetzt gerade. Und ich bin gesucht. So, den machen wir noch weg. Hier sollten sich eigentlich keine Wachen aufhalten, soweit. Und ich habe keine Munition mehr. Ja, komm, wir schießen damit noch rein. Wie gesagt, es ist an sich, es ist, man kann auch die, äh, loweren Waffen nehmen. Oh. Hier ist nichts Verbotenes abgegangen. Glaub mir. Wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Ähm, genau. Man kann an sich auch die Lower-Tier-Waffen auf jeden Fall alle nehmen. Aber es ist halt, es bringt halt desto weniger Punkte und da müsste man sich dann halt fragen, ob es sich halt noch lohnt. So, nehmen wir uns mal den Flammenwerfer mit. Ich habe hier auch jemanden langlaufen sehen gerade, aber ich glaube, der ist inzwischen schon weg. Oh. Oh, da laufen ordentlich viele rum. Oh. Ja, natürlich. In so einer offenen, in so einem offenen, oh, warte, der kommt von der Richtung. Wie hat der mich gesehen? Oh, natürlich läuft die, mhm. Natürlich läuft die ins Wasser. Hat, hat lang genug gedauert, ne? Aber, genau so laufe ich ja auch in die Wache rein. Ja, ja. Aber sieht ihr auch das hier? Ah, sieht er tatsächlich. Zumindest hätte ich es jetzt gesehen. Und ich habe auch tatsächlich keinen Flammenwerfer mehr, denn die Waffen, die man gerade im Inventar mit dabei hat, oder beziehungsweise ausgerüstet hat, wenn eine Wache eintrifft, dann hat man die natürlich nicht mehr dabei. Ja, und ich sage ja, das Spiel ist ein bisschen weird, ne? Ja, der Stuhlgang, der darf natürlich auch nicht fehlen. So. Oh. Ah, ne, auch nur drei Sternen. Ich wollte nämlich gerade sagen, man, gute Waffe, aber ist auch nicht wirklich so gut, ne? Oh. Oh. Ja, die Person war verkleidet. Keine Ahnung, was in der Person überhaupt bringt, sich zu verkleiden an dem Punkt, aber... Ist anscheinend eine Sache, die man machen kann, ne? Guck mal, da sind wir abgebildet. Ja, also, der Hauptteil des Spiels besteht wirklich einfach nur darin, dass man zum Beispiel hier in der Mall, was übrigens meine Lieblingsmap ist von all denen, herumläuft und Leute abknallt. Das ist wirklich alles. Das ist so ein weirdes Spielprinzip, was erstaunlich gut funktioniert. Hey. Warum ist der nicht weggekickt worden? Was ist das für ein Scheiß? Der hätte doch komplett weggeschleudert werden müssen. Ey, das habt ihr doch gesehen, oder? Der wurde doch richtig getroffen. So, ich hoffe mal, er gelangt nicht schnell genug zum Schalter. Komm schon. Ah, Mist. Nicht getroffen. Die Waffe mag ich an sich aber auch ganz gerne. Ich muss übrigens ganz kurz mal dazu sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne? Aber ich mag diese Grafik. Es ist irgendwas... Irgendwas löst das in mir aus. Also, sehr wahrscheinlich Nostalgie, ne? Oder Melancholie, wahrscheinlich doch eher gesagt. Es erinnert mich so ein bisschen an die Peas Vita-Ära. So ein bisschen Jazz-Punk auch. Was auch ein Spiel ist, was wir uns, glaube ich, hier mal anschauen könnten. Weil das kennt, glaube ich, auch kein Schwein mehr. Ähm... Und ich mag so ein... Ich mag diesen Grafik-Stil. Ich weiß nicht ganz, warum. Aber ich find den echt ganz... Ganz nice einfach. Ich bin Fan von, könnte man meinen. Ah, das ist schon wieder eine Wache. Aber wenn wir Glück haben, können wir die... Können wir die Person hier trotzdem abschießen. Sehr gut. Okay. Wie ihr gerade seht, ne? Die Waffe, die wir gerade verwendet haben, dadurch, dass wir dadurch einen Kill gemacht haben oder mehrere Kills, wird sie halt automatisch wieder weiter runtergestuft, weil sie halt langweilig wird für die Regie. Und jetzt sollen wir stattdessen Feuer nutzen. Ich hoffe mal, dass sie... Ah, komm schon. Verbrenn noch, verbrenn noch, verbrenn noch. Komm schon, nein! Wir haben es nicht mehr geschafft. Mann, warum muss denn da auch Wasser sein, ne? Voll fies. Wie fies ist das denn bitte? Aber ja, ich hab auch gerade ein bisschen Pech, was die Waffen angeht, muss ich einfach mal dazu sagen. Hier liegen normalerweise immer ein paar mehr rum. Da vorne liegt auf jeden Fall wieder was Gutes. Aber ich sollte mich tatsächlich auch ausruhen, fällt mir gerade auf. Machen wir das mal zuerst. Ja, so lange... So sehe ich auch nach langen Aufnahmesessions aus. Da lege ich da auch nur noch so einen Stuhl drin. So, nehmen wir das mit. Und schießen direkt auf den Nächsten. Und hoffe mal... Ich hoffe einfach mal, dass keine Waffe... Waffe, äh, Waffe, genau. Wache auf mich herabschaut währenddessen. Normalerweise sind das hier so Bereiche, wo Wachen nie hingehen, aber da sind halt auch andere Leute nie, ne? Also die KI. Ich habe übrigens, äh, geguckt extra, äh, bevor ich das Video angefangen habe, ob es vielleicht einen Server gibt, auf den wirklich Leute spielen noch. So, stirb mal bitte dadurch. Dann hat nicht mehr geklappt. Egal, stirb dadurch dann. Beides genau gleich gut. Bring beides fünf Sterne derzeitig. Können wir doch verhöhnen? Ja, ne? Dafür gibt es nämlich auch immer einen Extra-Stern. Genau, ich habe nämlich extra... Oh, da war noch ein bisschen Durchzug. Ähm, ich habe extra vor dem Video nachgeschaut, ob es irgendeinen Server gibt, auf den echte Leute spielen. Es gab einen ganzen Server und dieser Server hatte null Spieler. Ich habe also keine Ahnung, warum der überhaupt nur existiert an dem Punkt. Aber existiert. Vielleicht spielen da ja um eine bestimmte Uhrzeit immer mal wieder Leute drauf. Dementsprechend, hm, kann sein. Ich weiß aber auch halt nicht, wie das hier geregelt ist. Normalerweise kannst du bei den meisten Steam-Spielen, äh, bei den meisten Steam-Spielen, wird ja der Server über Steam übernommen. Ich weiß aber nicht, ob das bei allen Spielen so ist, weil manchmal musst du vielleicht sogar manuell welche mieten, was es natürlich dann wirklich auch sehr kompliziert macht, das Ganze. Oder du musst halt mit einer, mit einer VPN sich verbinden und lassen, überladen. So, der wird jetzt draufgehen, elendig. Haben wir noch eine Spritze? Nee, haben wir nicht. Hier liegt auf jeden Fall ein Crossbow, das ist gut. Oh, da muss jemand nötig auf Klo. Hallo? Könnt ihr mal draufgehen? So, sehr gut. Haben wir auch noch in der Zeit geschafft, wo die noch drei wert war. Ich finde es übrigens gut, dass die Wachen sich nicht aufregen, wenn man die Waffe vor denen aufhebt. Die sind so, die Person hebt die Waffe bestimmt nur auf, weil sie damit Tricks machen möchte. Jonglieren. Bisschen jonglieren mit einem Katana. Alltägliches Business in dieser Stadt hier. Übrigens, ich zeige euch gleich mal eine Waffe, die ich echt nicht mag. Die ist cool vom Design, ne? Versteht mich nicht falsch. Das ist eine Ratte. Die ist cool. Aber die ist echt nervig zu kontrollieren. Man muss die nämlich absetzen, wie den Roboter steuern und dann halt explodieren lassen auf dem richtigen Kommando. Wir können es ja mal ausprobieren an dem Punkt. Ja, ich habe mich selbst damit getötet. Man sieht, der Radius ist auf jeden Fall nicht so toll. Ja, aber ich habe die Sterne wenigstens noch bekommen. Also war es das wenigstens ein bisschen nett. So, ich hoffe mal, die kommen nicht schnell genug zum Wasser hin. Na, warum hat der den Baseballschläger draußen? Ist da nicht eine Waffe? Eine Wache? Hallo, hallo? Oh Gott. Der würde mich komplett kaputt schlagen wollen. Und er schafft es auch noch, Mann! Ja, heute bin ich nicht so skilled. Ich sehe schon. Ich hätte mich mal davor einspielen sollen vielleicht. Das wäre eine gute Idee gewesen. Weil ich habe jetzt 67 Sterne. Das geht an sich klar. Es ist noch eine Minute. Aber ich habe in anderen Runden auch schon gern mal über 100 Sterne bekommen. Dementsprechend. Das lief auch schon mal besser, das Ganze. Übrigens, falls ihr euch gerade fragt, was passiert, wenn man die Wachen anschießt. Ich meine, es passiert gar nichts, außer, dass man halt auch genau festgenommen wird. Wie sonst auch. Dementsprechend brauchen wir das, glaube ich, nicht auszuprobieren. Bin ich der Meinung. Aber naja. Hallo? Kann hier noch jemand kommen? Ey, ich habe eine 5-Sterne-Waffe. Einer muss sich doch noch umbringen lassen müssen. Da. Stirb. Das ist übrigens auch interessant. Beim Taser verlieren die Leute ihre Waffen. Ah, gut. Ich habe nichts Besseres mit dabei als das hier. Bringt die Pfanne mehr? Boah, die Pfanne ist meistens wirklich immer eine 5-Sterne-Waffe. Einfach nur, weil sie so kurios ist wahrscheinlich und halt wenig Schaden macht. So. Und Runde vorbei. Übrigens, kurzer Funfact. Man kann das Glas hier zerschlagen. Das sind keine Spiegel. Ja. Man merkt, dass man an einem Set ist. Und da steht immer eine Wache. So. Die Runde ist vorbei. 78 Sterne. Bin ich so zufrieden mit meinem Ergebnis, aber habe mich halt auch nicht eingespielt. Oh Gott, ich hätte den fast aus Versehen aus Reflex geschlagen. Man kriegt nämlich Minuspunkte, wenn man das macht. Und die Runde ist vorbei. Ich denke, 78 Sterne sind okay. Geht besser. 5 Tode ist halt ein bisschen schade. Ich hatte mal eine Runde, wo ich gar nicht gestorben bin. Das möchte ich nochmal gerne schaffen, das Ganze. Ich glaube, ich habe auf zufällige Karte. Das heißt, wir sollten jetzt bestimmt auch nochmal eine andere bekommen. Es gibt nämlich eine kleinere Auswahl, obwohl die hier auf jeden Fall meine Lieblingskarte gewesen ist jetzt. Naja, jetzt sind wir auf einer anderen Karte. Wir können ja mal einen anderen Charakter nehmen, auch wenn die hier mein Lieblingscharakter ist. Wir können ja mal... Wir können ja mal den stereotypischen Charakter nehmen, der gar nicht übertrieben oder so ist. Richtiger Baywatch-Charakter. So, okay. In diesem Haus weiß ich nur, es gibt sehr viele Fallen, unter anderem die hier. Ich aktiviere sie einfach mal zur Demonstration. Ja. Der Boden fällt ein. Ich will gar nicht wissen, wie teuer dieses Set sein muss für den... Oh, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, ne? Schrecklich. Eines der einzigen deutschen Wörter, die ich wirklich nicht aussprechen kann. Schrecklich. Wirklich. Okay, verfolg mich mal nicht so. Aber ja, wir haben jetzt wieder mal die Pfanne dabei. Wie gesagt, die ist häufig wirklich eine ziemlich gute Waffe. Die bringt immer ziemlich viele Sterne. Joa, das Scharfschützengewehr nehmen wir mal mit. Ist nicht mein Liebling. Ist halt ziemlich schwierig, mit dem Ding zu ziehen, wenn man irgendwie 500 Meter rangezoomt ist währenddessen. Aber ja, die Map ist auf jeden Fall auch ganz nett. Hat halt eher so ein bisschen Halloween-Stimmung, ne? So ein bisschen Horror-Haus. Oh, Baseballschläge hat 5. Sehr gut. Hier ist eine Wache. Hm. Oh ja, der Revolver nehme ich mit. Der hat sogar 5 Sterne. Damit einen Headshot geben ist tatsächlich... sehr, sehr gut. Wenn man jetzt nur noch irgendwen finden würde. Normalerweise halten sich hier hinten immer ein paar Leute auf. Warum sind hier so krass... krasse Waffen überall? Der war in Höchstwacht. Aua. Da ist jemand erstochen worden. Warte mal, den kriege ich doch. So, den haben wir. Ja, mein Aim war auch schon mal besser. Okay, den haben wir schon mal. Ich hoffe mal, keiner aktiviert die Falle währenddessen ich hier reingehe. Sehr gut. Ich weiß, der mittlere Teil, der kann hier, glaube ich, auch einstürzen. Höh! Achso, weil ich die Waffe noch draußen hatte. Ach, ich vollidiot. Oh, und los bin ich, meine geliebte 5-Stern-Revolver-Waffe. Hm. Geh mal auf den Dachboden. Da können auch Leute rumlaufen. Tun sie das? Nicht wirklich. Ist irgendwie derzeitig ein bisschen leer hier, ne? Oh. Hey, hey, hey. Du hast doch noch die Schutzzeit. Du Arschgesicht. Ich will den trotzdem... Oh, Mann. Lass mich den noch töten. Der hat mich zuerst geschlagen. Der hat angefangen. Ich will es nur behaupten. Ich will es nur mal sagen. Ja, toll. Der darf mich jetzt töten. Wow. Ein unfaires Spiel. Nein, nein, nein. Also, den werde ich mir rächen. So. Erst mal die hier. Komm schon. Mal genug ran. Ich hoffe halt nur, dass... Ist der schon leer? Egal. Warum ist die gelb? Hallo, was ist mit dir los? Hält die mehr aus? Was ist mit dir? Warum ist die gelb? Was hat die für eine Fähigkeit? Das habe ich halt... Wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Runden in meinem Leben jetzt gespielt gehabt. Und ich habe das noch nicht gesehen. Fragwürdig. Aber ja, an sich muss ich echt sagen, das Spielprinzip ist auf jeden Fall ziemlich spaßig. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, warum es gefloppt ist. Weil, ja, sagen wir mal ehrlich, der Humor ist nicht der beste. Ich weiß, dass das Spiel schon älter ist und der Humor sich ja natürlich in den Jahren auch nö gewechselt hat. Aber ich glaube, schon damals war der sehr übertönt. Es ist halt sehr so auf, ja, haha, Ironie und guck mal, große Brüste oder so ein Scheiß halt, ne? Und nö. Oder halt generell irgendwelche schlechten Witze und, naja, ist es halt sehr... Ja, ich meine, man schaut sich eigentlich nur die Charakter an und weiß schon Bescheid, oder? Naja. Aber wie gesagt, das Spielprinzip an sich definitiv eine coole Idee. Aber ja, ich denke auch generell, dass man bei solchen Spielen... Die wenigsten Multiplayer-Spiele haben halt noch irgendwie eine Fanbase. Ich weiß, dass TF2 zum Beispiel noch ziemlich beliebt ist von älteren Spielen und so. Oder, keine Ahnung, World of Warcraft hat bestimmt auch noch ein paar Leute. Aber gerade so eine Sache, die auch schon von Anfang an nicht beliebt waren, sind auch zehn Jahre später nicht beliebter. Also in den meisten Fällen zumindest. So, weil ich mit dem Scharschützengewehr nicht umgehen kann, holen wir uns mal das Messer. Falle... Falle in deinen Tod! Ob es deswegen Falle heißt? Und das Messer ist schon wieder nichts wert. Sehr cool. Immer, wenn ich mal eine Waffe gefunden habe, die tatsächlich ganz gut ist. Der hatte getroffen, der Schuss. Okay, wenn er mich verfolgt, dann kann ich ihn umbringen. Pass auf. Hier gibt es nämlich noch eine Falle. Und zwar in der Lasershow. Weg mit dem. Und dann nehme ich mir noch direkt einen Mollotov mit. Uiuiui. Die hat mich fast mitgetroffen. Spät geworden, was? Aber ja, ich kann es nur nochmal sagen. Ich finde wirklich auch die Grafik echt cool. Ich mag diesen Stil. Erinnert mich sehr an... Joa. So eine Ära von damals. Können wir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, an was... An was für ein Spiel euch das erinnert. Oder ob ihr die Grafik im Allgemeinen mögt. Weil... Ich denke mal, das ist ja zwiegespalten. Viele werden wahrscheinlich sagen, ja, es hat so ein bisschen Comic-Look. Okay. Nicht das Beste, was ich gesehen habe. Aber ja. Ich habe da gerade irgendwas langfliegen gehört. Ich lege mich erst mal schlafen jetzt. Gute Nacht. Das ist ein riesiges Bett, oder? Sie würde da ja bestimmt... Ich meine, klar, ne? Sie ist auch extrem dünn gebaut anscheinend. Aber da passt sie doch bestimmt sechs, sieben Mal rein. Das ist ja insane. Wer baut denn so eine großen Betten? Bestimmt ein Wasserbett. Wasserbetten sind tatsächlich gar nicht so geil. Ich habe vor, weiß ich, einem Jahrzehnt mal auf einem gelegen. Weil ich die mal ausprobieren wollte. Weil ein Freund von meinem Vater hatte eins. Und ich fand es halt wirklich nicht angenehm. Also es war okay, ne? Aber irgendwie... Darauf zu liegen... Man stellt sich es richtig spaßig vor, weil man sich so denkt... Ach ja, das wird bestimmt so einen Welleneffekt simulieren. Aber im Endeffekt ist es einfach nur laut, weil es überall gegenknallt. Also das Wasser knallt hat die ganze Zeit gegen die Wände der Matratze. Das ist irgendwie richtig unangenehm. Das ist so ein richtig lautes, ekliges Geräusch die ganze Zeit. Ach Mist! Ich habe nicht gesehen, dass daneben noch einer stand. Oh, ein Teufels-Tattoo. Das ist auch so richtig stereotypisch. Man könnte meinen, das wäre eigentlich eher aus den frühen 2000ern, ne? So von der Humorart auch her. Aber ich meine, es ist so 2010er Jahre. Kann ich ja sonst gleich nochmal nachschauen. Da ist eine Toilette. Wir müssten eher mal was essen. Haben wir irgendwo was zu essen? Ich weiß halt wirklich nicht, wo in diesem... Ah, warte, draußen liegt was. Hier nicht, aber... Ich weiß einen Ort, wo es Essen gibt. Ich kenne einen Ort. So, der wird noch verrecken, denke ich. Oh! Ah man, die haben... Der hat doch... Das ist doch unfair. Der ist doch noch in seiner Safe-Phase. So, den haben wir mit der Ratte getötet. So, haben wir damit auch endlich mal einen ordentlichen Kill. Das wurde auch mal Zeit. Ach, guck mal, da ist doch ein Foodtruck. Den kann ich doch nutzen. Oder wir holen uns was zu trinken. Geht natürlich auch. Was auch immer das ist. Anscheinend nur Saft. Sieht mir aber irgendwie nach einer Bierflasche aus. Ich weiß ja nicht. Ja, okay. Und gehen wir halt auch noch auf Klo. Oh, das wollte ich nicht hören, den Furz. Ja, es ist ein komisches Spiel. Ein sehr komisches Spiel. Ich habe mich aber gerade gefragt, ob es besser angekommen wäre, wenn es halt wirklich nur dieses Prinzip gewesen wäre. Das wäre halt aber mit einem ernst gemeinten Setting. Wir halten das gut. Aber man muss auf jeden Fall nicht unbedingt erwischt werden. So, aktivieren wir mal den. Ah, der verfolgt mich nicht. Der ist schlau. Ach, der wollte dasselbe machen. Aha, ich sehe schon. Wir ehnen uns doch ein bisschen, ne? Man sieht seinem Feind doch ähnlicher, als man denkt, ne? Und schließlich hat er dasselbe Ziel. So, wir gehen mal außen lang. Normalerweise liegt da hinten immer eine ganz gute Waffe. Guck mal, da ist ein Raketenwerfer mit fünf Sternen. Den würde ich mir eigentlich gerne holen. Bleib stehen, ich will dich nur umbringen. Oh, habt ihr die Augen da gerade hinten gesehen? Das ist wirklich ein Horrors-Setting hier. Da hinten auch. Ja, davon werden die sicherlich in ihr Popcorn kotzen. Da bin ich mir auch richtig sicher. Der weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Wie er da rumstand und sich einfach nur umgeschaut hat. Er war so, oh, was ein schöner Tag. Der da hinten wird mir nichts anrichten können, denn er ist ja schließlich zehn Meter von mir entfernt. Da kommt eine Lenkrakete und alles war vorbei. Ja, in den Keller traue ich mich nicht. Da kann jemand den Strom anschalten und dann bin ich eh tot. Da lag zwar eine gute Waffe, ich weiß, aber dafür bin ich ein zu großer Schisser. Da zittern selbst die Cola-Becher. Ja, ich zitter auch ein bisschen. Aber schließlich Todesangst. Ach, Mist, und da unten ist Wasser, ne? Ah, warte, dann kann ich das mal machen. Let's go! Das war eigentlich sogar besser. Ich weiß jetzt Bescheid. Hier mal ordentlich Feuer hinschütten. Weil dann gehen die mich automatisch unten ins Wasser rein und dann kann man die Falle aktivieren. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Okay, sechs Minuten haben wir noch. Wie viele Sterne? 66. Ah, da lässt sich auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Zum Beispiel mit dem hier. Und natürlich auch mal wieder ein bisschen verhöhnen. Das habe ich nämlich komplett vergessen, dass das noch eine Funktion ist. Weg mit hier. Und wieder verhöhnen. Wir wollen ja schließlich auch mal ein bisschen mehr. Werd fertig mit dem Verhöhnen. Werd fertig. Werd fertig mit dem Verhöhnen. Ah. Mal sehen, was ist hier top und was ein Flop. Die ist so darauf eingestellt, jemanden zu verhöhnen, dass sie selbst vergisst, dass sie gerade... Oder selbst ignoriert, dass sie gerade einfach drei Pfeile in den Arsch geschossen bekommen hat. Wow. Na gut. Legen wir uns erstmal pennen auf dem Stuhl. Ich hoffe, in der Zwischenzeit springt keiner auf mich. Weil das ist mir mal in irgendeiner Runde passiert, dass einfach irgendwer auf diesen Sessel auf einmal raufgesprungen ist. Mich einfach zerdrückt wie ein Kaugummi. Ah, da ist gerade jemand gestorben. Hier kann man aber leider nichts auslösen. Ey. Stirb mal bitte. Der hätte gar nicht sterben müssen. Der ist ja eigentlich schon hingelaufen. Aber den hat trotzdem noch ein Laser getroffen. Danke, Laser. So. Ich gehe mal wieder auf den Dachboden. Wie gesagt, normalerweise habe ich da oben immer eine gute Erfahrung, dass da irgendwelche Leute sind und aber keine Wachen. Oder selten nur. Aber trotzdem schaue ich mich natürlich um. Nein. Meine geliebte Waffe. Und was ein Flop. Bleib stehen. Bleib stehen, du Sack. So. Keine Wache in Sicht. Sehr gut. Ich gehe auch direkt weg. Ich will gar nicht verhöhnen. Okay. Das liegt gerade nicht in meinem Interesse. So. Oh, warte mal. Ich nehme mir mal ein zufälliges Item mit. Ich mache das immer gar nicht. Wir können uns nämlich auch verkleiden. Das werden wir halt gesucht werden. Die uns halt nicht mehr suchen. Sehr schön. Oh. Verhöhnen wir. Hoffentlich taucht diesmal kein Spieler auf. Ah, da ist auf jeden Fall einer. Aber der kommt eher zu meinem Vorteil an dem Punkt. Sehr gut. Ja, wir haben tatsächlich die 100 Punkte. Let's go. Also, naja, die 99, ne? Aber wir sind nah genug dran. Man kann sich schon freuen. Vielleicht aber auch zu früh. So, Heilung gab es auf jeden Fall draußen auch. Wenn ich hier lang gegangen bin... Oh, mein Orientierungssinn in solchen Spielen ist wirklich immer nicht der beste. Aber ich bin auf jeden Fall richtig. Da gibt es Heilung. So, und einfach nur für die Punkte ist die Waffe leer. Einfach nur, damit wir die 100 voll machen. Warum nicht? Ich konnte sie jetzt nicht verhöhnen, weil sie auf ein... Sie ist halt perfekt auf der Parkbank gelandet. Da konnte ich nicht viel machen. Aber ja, 101 Punkte, das lässt sich doch schon mal mehr sehen als nur... Was hatten wir? 78 vorhin? Heiß ist das Stichwort. Und es kommt tatsächlich eine heiße Waffe. Vielleicht kriegst du die Zeilen nachher. So, die sollten beide sterben. Ah, okay, ist leer. Na komm, du schaffst das schon. Also, zu sterben, nicht zu überleben. Sehr schön. Den mache ich einfach... Den mache ich kalt, wortwörtlich. Einfach nur aus dem Grund, weil ich ihn loswerden möchte. Oh, ich hätte auch hier hinlaufen können und mir nochmal eine Flairgun schnappen können, ne? Ah, Mist. Aber hier, 113 Punkte. Lassen Sie sich sehen. Liegt hier eine neue Waffe? Boah, wie oft ich dieses Wort jetzt verwechselt habe in dem Video schon, ne? Len kennt den Unterschied zwischen einer Waffe und einer Wache nicht. Ach, wie peinlich. Hm. Aber soll ich mich mal da unten reintrauen? Da liegt eine gute Waffe. Die will ich nehmen. Komm schon. Lass mich da alles einfach machen. Das ist sogar eine Schrotflinte. Die ist gut. Die macht richtig fett Schaden. Wenn ich jetzt schnell genug bin... Du gehst da nicht ran. Du gehst da nicht ran. Du auch nicht. Weg mit euch. So. Was sagt ihr dazu? Gut, die ist jetzt schon nichts mehr wert, ne? Ist man so gewohnt. Wie viele Punkte macht die? Ach, zwei. Komm. Ganz ehrlich. Oh. Ganz ehrlich, was, hm? Ich will die nur loswerden. Und dann nehme ich mal einen ordentlichen Bissen. Oh, der war knapp. Der hätte mich fast noch erwischt wahrscheinlich. Ui, ui, ui. Heute ist die Pfanne tatsächlich mal weniger wert. Interessant. Aber ein Molotow geht gut ab da hinten. Her damit. Was? Was war das denn? Ich klebe dir am Arsch wie ein billiger Latexanzug? Äh. Okay, was ein Vergleich. Richtiger Poet. Ja, die verbrennt bis dahin. Oh. Das ist ein Thema. War nicht die, die ich erwartet habe. War doch der Typ hier. Wie gesagt, ich verstehe das nicht ganz, warum die sich verkleiden, obwohl die nicht verfolgt werden. Also, was das dann bringen soll. Weil man tötet ja schließlich jeden. Und nicht nur bestimmte Personen. Nee. Komm weg mit dir. Du messerst mich nicht. Oh, doch macht er. Richtigen Backstep gegeben. Du hast mich umgebraten. Hm. Na toll. Und dann auch noch unglücklich gelandet, ne? Kann ich mal respawnen? Dankeschön. Ach komm, ich muss jetzt noch schnell irgendwen umbringen. Ich möchte mehr als 133 haben. Ich hab noch 17 Sekunden. Da ist durchaus noch ein Kill drin. Da vorne. Und jetzt noch verhöhnen. Und die Wache macht nichts? Okay, nett von der. Shit, ne? Wir hätten so schön 140 haben können. Aber natürlich landet's genau auf der neuen. Und hier stand doch noch jemand, den ich hätte umbringen können. Die Zeit ist allerdings abgelaufen. Na ja. Na ja, was soll's? Ach nee, warte, das soll ich ja nicht tun. Oh Gott, jetzt geht der noch wegen mir drauf und ich mach Minuspunkte. Das wird doch nicht mehr bei 139 landen. Mist. Ach, so ein Shit. Er hat zwei Unschuldige getötet. Also minus zwei hab ich dadurch erhalten. Na ja, damit hab ich das auch mal gezeigt. Das sollte man nicht tun. Na ja. So, jetzt sind wir wieder auf der Mall. Wie gesagt, es gibt eigentlich auch mehr Maps. Aber gut, jetzt hab ich ein bisschen Pech gehabt an dem Punkt. Nehmen wir zuletzt einfach nochmal den Clown. Wir spielen nämlich noch eine Runde. Und dann hab ich, glaub ich, genug vom Spiel gezeigt, würde ich einfach mal behaupten. Weil, ja, man merkt es, ne? So viel Content gibt es ja letztendlich dann doch nicht. Es gibt eine gute Anzahl an Waffen, die man hier auswählen kann. Ähm. Gute Auswahl an Gegnern. Sag ich einfach mal. Aber es ist halt, ne? Es wiederholt sich letztendlich. Ich denke, das ist ganz cool, wenn man das auch mit mehreren Personen ab und zu mal ein bisschen spielt. So abends im Talk oder so. Aber ansonsten, ne? Ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dazu irgendwie mehrere Folgen zu machen. Außer natürlich wirklich, man würde es mit mehreren Freunden spielen. Da macht es bestimmt richtig Bock. Weil dann entstehen ja auch andere Situationen, die ein bisschen spaßiger sind. Andere Gespräche. Aber die Vorstellung daran, dass ich jetzt mehrere Folgen zu dem Spiel machen müsste. Ja. Klingt zwar doch ein bisschen spaßig, aber halt auch ein bisschen langweilig. mit einem gewissen Punkt. Hey, das bin doch ich! Hat der sich gerade noch einen Milchshake reingepfeift? Das sah so aus. Ja, der ist auf jeden Fall der weirdeste von den Charaktern. Aber das ist auch kein Wunder. Ist ja das, was schließlich Clowns immer symbolisieren sollen anscheinend. Komm schon, geh drauf. Warum läuft die gerade so? Was ist hier los? Konnte sie, nein, die konnte sich noch löschen, oder? Oder habe ich gerade Punkte erhalten? Kam mir gerade nicht so vor. Das wäre ja fies. Oh. Ja, das war ein bisschen ungünstig. Hm. Ja, ich warte mal ein bisschen, bis das Ding respawnt. Obwohl, holen wir uns den Flammenwerfer da unten. Oder auch nicht. Es hat sich jemand dazu entschieden, hier einfach mal das Dings anzuschalten. Gibt da eine bessere Waffe? Nee, auch nicht. Ich habe halt nur noch das Teil hier. Was natürlich auf einer guten Distanz vielleicht gut funktioniert, aber... Ja, okay, die Distanz hat ausgereicht. Alles gut. Alles gut anscheinend. Das war ja auch ein sehr guter Treffer. Ich lasse die mal machen, ne? Das ist okay. Sollen sich ruhig austoben. Sind ja schließlich noch in ihren jungen Jahren, in ihren jungen, wilden Jahren. Aua, aua, aua. Die Geräusche von dem Clown. Au, 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 au. Ja. Der ist super. Warum spiele ich den eigentlich nicht immer? Oh, ich werde aber leider draufgehen noch. Da habe ich mir noch so viel Mühe gegeben, irgendwelche Waffen zu finden und sogar die... Tötungsgeräusche von dem Typen nachzumachen. Au, au, au. Aber das hat nichts mehr genutzt am Ende des Tages. Es war a lost cause. Hallo? Haben Sie das gesehen, Wache? Das war nicht fair. Er hört sich an wie ein Gnom, wenn er lacht. Ach man, was ein Scheiß. Hallo? Die Runde eben lief so gut. Ich bin, ich bin Dritter. Das ist mir bisher noch nicht einmal passiert, dass ich nicht vorne platziert war. So. Gegenstand schon im Besitz? War es echt? Oh. Schrotwinter haben wir auch dabei. Na gut. Mache ich mich auf den Weg, ein paar Leute zu töten. Hm. Was hat der gesehen? Läuft zufälligerweise gerade jemand hier lang. Ne, schade. Aber da unten. Das sieht er wirklich. Na, wie geht's denn dir da unten? Der war schon wieder verkleidet. Ich verstehe es nicht ganz. Na gut. Okay, wenn ich gerade drüber nachdenke. Es könnte natürlich wirklich sein, dass man im Multiplayer vielleicht manche Leute nicht töten möchte, weil man vielleicht... Oh, ich bin gesucht. Ich hab wirklich Minussterne gemacht. Was ein Scheiß. Ähm. Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, dass man im Multiplayer vielleicht irgendwelche Freunde nicht töten möchte. Dass man sich da vielleicht in Teams aufteilt. Aber selbst das finde ich ein bisschen... Fragwürdig dann. Wache, der wollte mich umbringen. Gehen Sie doch lieber auf den. Hören Sie mich. Hören Sie mich. Der wollte mich umbringen. Ah, Mist. Der wäre fast reingelaufen. Au, au, au. Der Baseballschläger ist echt fies, ne? Weil man halt direkt K.O. ist, wenn man einmal ordentlich getroffen wird. Ähm. Ungünstiger. Ähm, ja. Ja, das war gerade ein ungünstiger, wie sagt man? Blickwinkel. Ja, weil man nämlich mit dem Baseballschläger einmal ordentlich auf den Kopf bekommt. Ich muss das nicht vergessen, das Ganze hier. Das Ding hat aber auch richtig Rückstoß. Mann. Mit der Pfanne, komm. Die Pfanne, mein Betreuerhelfer in Not. Was sind das überhaupt für Hörner, die der Clown hat? Sieht ein bisschen aus wie so ein Zentakel oder so. Wir nehmen mal das hier mit. Ich habe keine Ahnung, was das bringt übrigens. Ich habe diese Items benutze ich halt nie. Achso, davon gehen die K.O. Ja, das ist durchaus ganz interessant, muss man sagen. Kann man mal nutzen als Spielmechanik. Ich will gerne das Dynamit nutzen für die. Geht ja schließlich immer noch um Punkte. Na gut, verhöhnen. Ähm. Na gut. Okay. Der hat's verhöhnen ein bisschen zu ernst genommen. Ich habe leider keine gute Waffe, die ich an dem anwenden kann. Doch, ich kann nochmal Dynamit versuchen. Aber der ist jetzt leider auch schon ein paar Meilen weit entfernt. Und den trotzdem noch. Oh, 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 oh. Wache, ich war's nicht. Es ist nichts passiert, wirklich. Der ist auf einem Kaugummi ausgerutscht, aus einem Kaugummi-Automaten, den er frisch gezogen hat. Und was soll ich sagen, ne? Für manche endet's gut, für manche besser. Und für manche schlecht. Das dritte trifft auf ihn zu. Je nachdem, wie man's sieht, ne? Vielleicht wollte der ja auch sterben. So, ich leg mich mal schlafen. Das soll ich, das sollte ich wirklich mal machen. Oh, schau dich an, wie er schläft. So friedlich. Auf den, auf den Dollarschein. Ich will nicht wissen, was hier mal stattgefunden hat. So. Oh Gott. Hey, hey, hey. Wenn das die Wache sieht, ne? Ich sag's dir. Ja, natürlich sieht die wieder nur mich, ne? Natürlich sieht die wieder nur mich. So. Na, der muss aber erst außen rumlaufen, das ist gut. Oh, warte, hier steht doch, oh. Ich wollte doch gerade sagen, da steht doch auch immer einer. So ein Mist. Okay, Essen sollten wir uns langsam mal dazu holen. Ein bisschen essen wäre nicht schlecht. Ich glaube, oben war ein Snackautomat, der auch ziemlich sicher ist, weil er dauerhaft von irgendwelchen Wachen beschützt wird. Genau, da läuft auch gerade eine lang. Da können wir uns mal kurz was zu trinken holen zumindest. Na ja, der Typ ist, der Typ ist ganz normal, bin ich ehrlich. Normalster Mensch der Welt. Nein. Hör auf. War so klar, dass das eine Wache sieht, ne? Wirklich, das ist der offenste Bereich, den du hier überhaupt besuchen kannst. Offener als das wird's nicht mehr. Man sollte vielleicht mal, ich sollte vielleicht nochmal aufs Klo gehen, fällt mir gerade ein. Ach man, ich war so schnell weg. Ich war so schön weg von dem. Ich weiß halt, dass da unten auch eine Wache ist. Ach, geh doch nicht da lang. Das muss ich auch ehrlich sagen, das ist so eine Game-Mechanik, die an sich natürlich sehr gibt, ne? Weil sonst könnte man ja einfach auf alle immer draufschießen und halt nur davon kommen. Aber irgendwie muss ich auch sagen, es kann auch mal gut keinen Spaß machen. Ist halt einfach so. Naja. Also es kann nervig werden, wollte ich damit sagen. Boah, nur 50 Sterne, ne? Das ist echt kein gutes... Aber wir haben noch 7 Minuten, da kann sich noch ordentlich was ändern. Aber auch uns Negative. Komm mal her. Folg mir mal. Ja, ich hab ein bisschen den Türbogen ein bisschen verfehlt. Ich wollte eigentlich noch rauslaufen, ganz entspannt. Das hat nicht so gut geklappt. Warte mal, das hört ihr vielleicht jetzt nicht im Video, aber der... Entweder war es die Wache. Ich glaub, die Wache war es. Ja, die Wache war es. Das hört man, glaub ich, nicht im Video, aber der hat gerade gesungen. Oh, 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 oh. Tja, tja, der Kommissar geht um... Oh, oh, oh. Das hat er gerade gesungen. Ich mein, das ergibt Sinn. Er ist ja sowas wie ein Kommissar. Aber ich hab nicht gedacht, dass es dazu eine Anspielung gibt. So. Ha, das bringt alles nur drei. Das ist... Ne, weiß ich nicht. Hab ich jemanden getroffen? Sie hab ich getroffen, gut. Wenn sie nicht... Wenn sie nicht nah genug an einem Brunnen irgendwo ist, dann sollte es gehen. Oh, Mann, die sind überall Wachen, ne? Schrecklich. Wo war jetzt schon wieder einer? Beziehungsweise, wo ist denn überhaupt einer? Ist das die Kamera? Ach, ne, da ist einer. Ne, lass mal. Ich möchte gar nicht leuchten wie ein Christbaum. Ist echt okay. Weihnachten brauch ich nur einmal im Jahr. Oh, hier sind so viele Leute. Warum bin ich immer noch gesucht? Endlich geht das mal runter. Ich wollte nämlich schon gerade sagen, wo wollen die mich jetzt mein Leben lang gesucht? Warum schon wieder? Hier ist doch nicht mal ne Wache. Oh, dankeschön. Ich wollte es nämlich gerade sagen. So, jetzt gehe ich erst mal aufs Klo. Ne, ich weiß nicht. Der Clown ist doch nicht so cool. Der ist irgendwie einfach nur generell ruiert. Aber ich mag seine Geräusche, wenn er in Flammen steht. Die sind cool. Beziehungsweise lustig. Wie auch immer. Boah, der Aim war gerade auch wieder zum Kotzen. Nach drei Schüssen erst getroffen. Aber ich habe wirklich keine bessere Waffe als die gerade. Auch nur drei Sterne, die Axt. Hmm. Hier gehen wir nach oben. Da lässt sich bestimmt was Gutes finden. Guck mal, zum Beispiel der Crossbow ist immer ganz gut eigentlich. Zumindest meistens. Und er macht auch gut Schaden und hat eine gute Distanz. Von daher macht man mit dem im Allgemeinen nicht viel falsch. Sehr gut. Hier wird nicht zufälligerweise noch jemand lang gehen. Es wäre tatsächlich besser gewesen, wenn ich die einfach hätte gehen lassen. Dann wäre sie nämlich letztendlich an der Falle gestorben. Und das hätte fünf Sterne gebracht statt vier. Aber na gut. Ist auch egal. Dann hätten wir jetzt nämlich 64 Punkte. Das wäre die Funny Number. Das war viel besser, ne? Na ja. Wir müssten auch mal wieder verhöhnen. So, die Axt habe ich dabei. Oh, das war doch ein guter Schuss. Okay. Ah, willst du das wirklich machen? Dahinten geht eine Wache lang, ne? Ich warne dich. Habe ich noch vier Sterne erhalten eigentlich? Weil die Waffe wurde genau in dem Moment halt abgestuft, ne? Komm her! Oh, dieser... Ey, Baseballschläger ist wirklich... Das ist schrecklich. Aber ich glaube, man kann nämlich auch länger ausholen. Das müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht geht das bei der Axt auch so ein ähnliches Feature. By the way, dieser Charakter hat einen ziemlich großen Zinken. Ändert mich... Ähm... Kennt eh keinen Arsch. Das passt aber zum Thema des Videos. Äh, das ändert mich an Johnny von Free4All. Das ist so eine Serie von damals. Die wirklich kein Mensch kennt. Oh, da habe ich gerade gute Punkte eingeholt. Nicht schlecht. Die 100 Schafen wird auch noch voll. Wir haben nicht mehr so lange, aber das sollte noch möglich sein. Blutrot wie eine Blutorange? Aber erst mal noch schlafen legen. Wenn man nur so wenig Zeit hat, dann sollte man sich schließlich in Schlaf investieren, nicht wahr? Gutes Nächtchen. Der hat nur eine Maske auf, ne? Ich wollte nämlich gerade sagen, mit Schminke, mit so krass geschminkten... Äh, mit so einem krass geschminkten Gesicht sollte man sich vielleicht nicht schlafen legen. Sonst verwischt das alles extrem doll. Ich würde nicht sagen, ich rede aus Erfahrung. Ich bin noch nicht mit Schminke eingeschlafen, wenn ich mal irgendwann welche drauf hatte. zu Halloween oder so, aber... Ich kann es mir unangenehm vorstellen. So, zumindest wenn man aufwacht dann. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen was. Sehr gut. Das lief doch gut. Die hätte ich aber, wie gesagt, auch wieder mit der Falle umbringen können. Dann hätte es fünf Sterne gebracht, statt halt nur... Vier. Oh, warte, die Waffe da hinten möchte ich haben. Aber davor möchte ich mir noch einen kleinen Burger genügen. Den schmeiße ich mir noch kurz in den Schlund. Ein Leckerbissen würde man schon fast meinen. So. Was hat er gesagt? Schblätter auf die Linse? Ja, okay. Ja, die 100 Punkte sollten drin sein wieder. Also, ich habe zwar nicht mehr so lange, aber... Ja, komm, 94. Sechs Punkte werde ich ja wohl noch machen können irgendwie, oder? Irgendwie ist das bestimmt drin. Guck mal, da hinten sind noch Leute. Habe schon mal 99. Und damit sind wir nah genug dran. Ah, nicht die Spritze. Da muss man sehr nah an Leute rangehen. Sogar so nah, dass man erwischt wird. Oder auch nicht. Oh, der ist sehr schnell gestorben. Der war schon richtig gedamaged. Aber der ist auch schon rumgehumpelt. Sollte man also auf die Schwächeren gehen? Mit dem Spiel vielleicht schon. Ja, naja. 45 Sekunden noch mit 104 Punkten gebe ich mich doch zufrieden in der dritten Runde. Nicht so stark wie die letzte natürlich, aber hey. Ausreichend genug. Damit sie besser ist als die erste. Weil die war echt scheußlich. Ich hab überall hier, ich hab überall überwacht. Warum aber? Hier ist doch gar keiner. So. Ich denke, das war genug Abstand. Naja, die Runde ist gleich vorbei. Ich glaube, 109. Bei denen wird's enden. Jawohl, warte mal. Wir können ruhig noch die mitnehmen. Alles gut. 111 sieht doch besser aus als 109. Ich hätte ernsthaft gedacht, der trifft noch. So. Und 112 Punkte. Ist okay, kann man sagen, oder? Lässt sich sehen. Naja, gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war jetzt die letzte Runde von Pretty Good. Ne, warte, was? Pretty... Wie, ich hab jetzt schon wieder vergessen, wie das heißt. Naja, wie auch immer. Das war auf jeden Fall die letzte Runde, die wir jetzt gespielt haben. Ich denke, das Spiel ist im Allgemeinen zusammengefasst ganz okay. Würde ich einfach mal behaupten. Es macht ziemlich viel Spaß. Ich verstehe aber, wie gesagt, auch, warum es tot ist. Ja. Es erscheint mir... Ja, es erscheint mir logisch. Bloody Good Time heißt es, genau. Extra nochmal ins Hauptmenü dafür gegangen. Aber ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Und ob ihr euch daran erinnert, vor allem. Denn das würde mich am ehesten interessieren. Generell, ähm, ne, in den nächsten Folgen, je nachdem, was ich da für Spiele reviewe, ist es immer, finde ich, am interessantesten dann zu sehen, ob das Leute überhaupt kennen oder ob sich Leute daran erinnern an dieses Spiel. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel hier kanntet und wie ihr es fandet. Und dann generell, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Format haltet. Denn ich finde persönlich, das kann, glaube ich, ein ziemlich spaßiges Erlebnis werden. Vor allem, wenn man da mal ab und zu immer mal in ein paar Spiele reinschaut, die halt von damals sind. Und vielleicht, die ich damals sogar gespielt habe, was in dem Spiel jetzt natürlich nicht der Fall war. Ich kenne es von damals noch, aber ich habe es nie gespielt. Aber es wird vor allem für mich interessant, wenn ich Nostalgie spüre, weil ich das Spiel mal kannte. Oder mal gespielt habe damals. Aber gut, das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit der ersten Folge Längst Vergessen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Format haltet. Ansonsten habt noch einen wunderschönen, längst vergessenen Tag. Lasst eine Bewertung da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bye, bye.